In Nepal ist ein Passagierflugzeug mit 72 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord abgestürzt. Auf der Passagierliste standen auch zwei Südkoreaner, da wurden Mitarbeiter der dortigen südkoreanischen Botschaft am Sonntag zur Unglücksstelle geschickt. Wie verlautete, seien bisher mindestens 68 Tote bestätigt worden. Die Maschine, die in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu in Richtung Pokhara gestartet war, stürzte am Sonntagvormittag in der Nähe des Flughafens Pokhara ab. Bisher wurden keine Überlebenden gefunden. Ein Augenzeuge namens Divas Bohora sagte, es seien große Funken zu sehen gewesen. Bei dem Anblick habe er Angst bekommen. Es wurde bestätigt, dass 15 Ausländer, darunter zwei Südkoreaner, zu den Fluggästen zählten. Das südkoreanische Außenministerium setzte eine Arbeitsgruppe zum Schutz von Koreanern in Übersee ein und schickte Mitarbeiter der dortigen Botschaft zur Unglücksstelle. Angehörige von Passagieren eilten zum Krankenhaus und Flughafen. Der Polizeibeamte Ak Chetri sagte, man unternehme Bemühungen, um die Leichname schnell zu bergen und den Familien zu übergeben. Pokhara ist bekannt als Ausgangspunkt für Trekkingtouren im Himalaya. Auch Koreaner reisen gerne in diese Stadt. Weil die Stadt in einer Gebirgsgegend liegt und sich die Wetterlage schnell ändert, ist sie für schwierige Starts und Landungen bekannt. In Nepal kommt es oft zu Flugzeugunfällen. Reuters meldete, dass allein seit 2000 fast 350 Personen bei Flugzeug- und Hubschrauberunfällen ums Leben gekommen seien.